Liebe Studierende der fünf sächsischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Leipzig, Dresden, Zittau-Görlitz, Mitweida und Zwickau. Auch für euch bietet unser Sex in the High Five Projekt einen besonderen Bonus. Das Sex in the High Five Trainee-Programm. Hierbei erhaltet ihr kostenlos Schulungen in, zum Beispiel IT und Projektmanagement, Personalmanagement, Führung und Recht, sowie in Strategie- und Geschäftsmodellentwicklung und noch viele mehr. Wenn ihr Interesse habt, sprecht mich gerne auf den hier angezeigten Wegen an. Ich freue mich auf euch!